Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lies of Pi. Wir befinden uns im Hotel Krat, im angegriffenen Hotel Krat, wo scheinbar keiner aufräumen möchte, denn Mr. Viennini hat ja noch einen neuen Dialog. Eine kleine Bilanz, wir haben einen unterirdischen Tunnel unter dem Hotel entdeckt und dort die Bruderschaft des schwarzen Kaninchens mitsamt ihrem mutierten Zombie-Anführer besiegt und sind auf dem Weg zur Insel der Alchemisten oder wohin auch immer. Ich habe mir vor ein paar Tagen schön den Daumen verletzt. Ich hoffe, er ist nur verstaucht. Ein bisschen Voltaren drauf, Schmerzmittel rein, dann geht das schon mit der Aufnahme. Ich konnte ihn lange nicht bewegen, jetzt geht es wieder einigermaßen. Worauf ich hinaus will, wenn ich sterben sollte, dann liegt das einzig und alleine an meinem temporären Handicap. An nichts anderem, nur dass er Bescheid wisst. So, Mr. Stark, Mr. Viennini, was gibt's Neues? Ich kann es gar nicht glauben, aber die Ergo-Liedungen, die du gesammelt hast, bleiben keine Angst, keine Angst zu sehen, du siehst? Okay, Viennini, schau, insofern deiner besten Effekte, sie können noch nicht deinen Geist lesen. Mein Freund, meine Entschuldigung. Aber wenn du diese Nachrichten hörst, dann wirst du auch sehr gefühlt. Die Puppets wurden durch den Grand-Kovenant verpflichtet. Aber sie waren kommunikiert mit den anderen, mit der Wavelengthen. Das ist über alles, was ich erwähnt. Sie wurden nicht gebaut mit dieser Art von Intelligenz. Ich habe das beste, was ich konnte, um die Wavelengthen zu bezeichnen, aber da gab es ein deutliches Geräusch in der Signale. Willst du es dir hören? Klar. Oh. Oh nein, das ist ja das, was schon so hier und da mal verbutet wurde. Oh, Geppetto. Lo Zero, the creator's name is Geppetto. One can't make these things up. It must be true. That was the cause of the frenzy. But why would Geppetto of all people do this? I suppose we'll never find out if we don't save him. I have to admit, it's good to have things in motion again. I was beginning to despair. Now that we know the cause, we can find a solution. And it's all thanks to you, my friend. Die gezwungen wurden, das zu tun, was sie eben taten. Nämlich die Bewohner der Stadt hier anzugreifen. Und so wie es aussieht, Gesetz Null, das ist ein neues Gesetz. Ein geheimes, das lässt wohl darauf schließen, dass Geppetto hier nicht unschuldig ist. Oder sogar der Drahtzieher. Und ja, ich kann ja noch ein bisschen philosophieren und gehe mal gerade zum Goldmünzenbaum. Goldmünzenfruchtbaum. Ja, und boah, der Puppenkönig Carlo. Carlo ist, wir sind ja das Abbild von Carlo. Carlo war der Sohn des Geppetto, der gestorben ist. Und Pinocchio soll diesen Sohn ersetzen. Er ist nach ihm designt. Und der Puppenkönig und Carlo waren wohl befreundet. Aber wir erinnern uns da nicht dran. Wir sind nur eine Puppe, in Anführungszeichen. Haben aber die Essenz von Carlo wahrscheinlich, also das Ergo, in uns drin. Das heißt, irgendwie lebt er in uns weiter. Aber da können wir uns... Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir irgendwann die Erinnerungen von Carlo. Aber es ist natürlich zu spät. Wir haben den Puppenkönig nicht erkannt. Er ist tot. Tragischer Kampf. Jetzt noch tragischer. Und ja, wir konnten ihn ja auch nicht verstehen. Das ist ja auch interessant. Wir haben das erste Mal die Stimme einer feindlichen Puppe verstanden, was die gesagt hat gerade. Sonst haben die immer in einer komischen... Jetzt wundere ich mich aber auch. War das die Sprache der Puppen? Weil viele Bosskämpfe, also viele Bosspuppen, haben mit uns geredet. Haben mit uns kommuniziert, während wir sie angegriffen haben. Und wollten uns irgendwas mitteilen. Ich denke nicht, dass die uns immer nur verhöhnt haben oder sonst irgendwas. Die wollten uns irgendwas mitteilen. Wir sind eine von ihnen. Wir sind eine Puppe. Erstmal, ja? Zwar eine besondere, die sehr menschlich ist und sich auch entwickelt und auch lügen kann. Aber nichtsdestotrotz sind wir in erster Linie immer noch eine Puppe. Und ich frage mich gerade, ob vielleicht irgendjemand diese Kommunikation gestört hat. Stalker, bitte. So, dann nehmen wir... Ach nee, Moment, wir müssen ja erstmal... Ach so, doch. Alles gut. Alles gut. Uh, das wäre mal eine spannende Antwort auf die Frage. Ja, interessante Frage, spannende Antwort, die wir vielleicht noch bekommen werden. Auf jeden Fall löst es sich so langsam alles auf. Es löst sich so langsam alles auf. Jetzt bin ich erstmal neugierig, wie es weitergeht. Wir... Hä? Nochmal, Mr. Venini. Okay, es geht gleich weiter. Moment, Geduld bitte noch. We all owe you a huge debt, or we will, if we can stop the frenzy. You may not be aware, I am an Orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Oh. Arlechino. I'll never forget his insane laugh. I have been feeding puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. I was this close to giving up. But now that you're here, you can take the Wavelength Decoder. It's proof of your brilliant actions. See what else you can read with it. You might even discover more secrets within the Puppet King's message. You can play it back as much as you like. Just use the Stargazer. Here. Okay, Mr. Vennini ist nicht nur Iron Man, sondern noch Batman. Und Arlechino ist der Rätselkönig. Der uns immer wieder anruft. Oh oh. Oh oh. Ach genau, wir hatten ja auch noch einen Dreifaltigkeitsschlüssel bekommen. Ich glaube, das ist sogar ein anderer als davor. Da steht nämlich des Auserwählten. Ein Schlüssel aus dem letzten Quiz des Rätselkönigs. Damit waren es fünf. Dieser Schlüssel schließt wahrscheinlich eine Sache oder einen Ort auf. Das heilige Dreieck war das geheime Zeichen irgendeiner Organisation. Gerüchte besagen, dass diese Organisation Kratz wahrer Meister war. Und die Nachricht des Puppenkönigs. Die schwarze Kiste des Puppenkönigs entschlüsselt von Vennini. Mit dem Dekodierer an einem Stargazer kann man sie besser hören. Die Menschen wollten mit den Puppen sprechen, aber ohne Ergo waren ihnen Grenzen gesetzt. Geppettos Puppe kann vielleicht die verschlüsselten Botschaften lesen. Oha. Okay, dann hat wohl doch keiner da sich eingemischt. Carlo? Ich hoffe, dass du mich hören kannst. Ich bin Romeo. Wir haben zusammen in einem Monad-Karite-Haus. Erinnern Sie sich? Wir sind beste Freunde. Ich mache, was ich kann, um die Puppenkönigungen und die Alchemisten zu verhindern. Meine Puppenkönigungen und meine Puppenkönigungen sind gegen die Todes selbstverständlich. Das ist warum ich versucht, sending euch Messengers zu verhindern. Aber du hast sie alle. Du bist immer ein Unstoppable-Fellow. Ich erinnere dich. Kein Grund für uns zu kämpfen, ich glaube. Ich bin Romeo. Wir leben zusammen in der Monad-Karite-Haus. Erinnern Sie? Wir sind beste Freunde. Ich bin Romeo. Wir sind beste Freunde. Oha, du spürst eine Wärme. Diese ganzen Boss-Puppen, oder zumindest ein Teil davon, die waren Boten für uns. Und wir haben sie nicht verstanden. Oh, wir haben unseren besten Freund getötet. Wir wussten es hier nicht mehr. Wir sind noch nicht Carlo. Es kann sein, dass sein Ergo erwacht in uns und wir dann die Erinnerung bekommen. Oder wie auch immer. Dass alles funktioniert. Der Puppenkönig war scheinbar erwacht. Er wusste, dass er Romeo ist. Oh, ist das bitter, ey. Oh, das macht den Kampf wirklich noch viel trauriger. Wo der Puppenkönig da auch so die ganzen Emotionen, wo er so geweint hat und so. Ja, der wollte seinen besten Freund nicht bekämpfen, aber er musste. Das heißt, die Puppen haben gegen die Alchemisten und gegen die Versteinerungskrankheit gekämpft. Und ich denke mal, Geppetto hat da irgendwie rumgefuscht, dass sie auch die normalen Leute angegriffen haben. Keine Ahnung. Oh, Mann. Ja, puh. Krass. Oh, da kommt einiges zusammen gerade. Das muss man erst mal verarbeiten. Wow, wow, wow. So, wir haben die Bruderschaft endlich erledigt. Diese Geier, du. Das war es. Diese Säcke hier haben uns sehr gute Dienste erwiesen. Wir haben den Boss schön aufgehalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt als nächstes für ein Feind? Ich würde vielleicht noch mal zu der Waffe hier tendieren erst mal. Träger-Amulett, Pulzzellen. Okay, lassen wir erst mal so, wie es ist. Oh, ganz kurz, die Puppenschnur würde ich gerne noch austauschen. So, Stufenaufstieg hatten wir noch nicht gemacht. Ah, Vitalität geht mal hoch. Kann man nie genug haben. Und die Legionswaffe wird gewechselt gegen, da ich nicht weiß, was als nächstes kommt, nehmen wir einfach mal die Aegis. Dann sind wir gegen alles gerüstet. So ein Allrounder, schöner Schild. So, was geht ab? Ah, ja. Du, du verdammter Verräter, du. So, Junge. Ups. Oh, großartig. Ich habe nicht erwartet, dass du diese Rappet-Fellows hast, auch. Du bist hier für Geppetto, nicht wahr? Die Fox und die Kat haben diesen alten Mann. Sie haben die Submarine aus dem Dock da. Sie haben wahrscheinlich nach der Alchemist-Alle. Da muss noch ein anderes sein. Du solltest es kommen. Wenn jemand fragt, dann habe ich nichts gesehen. Da muss noch etwas in der Dock sein. Wenn jemand fragt, dann habe ich nichts gesehen. Der Typ ist ein Verbrecher und ein Dieb und ein mieser Verräter. Ich weiß aber nicht, ob... Wie war denn das nochmal? War der beim Angriff beteiligt auf das Hotel? Boah. Oh, gute Wahl. Ich, Alidoro, bin zu groß ein Schildschrank, um einfach zu verursachen. Meine Admirer würden sich fragen. Siehst du für dich selbst. Ich schaue nur das beste Schildschrank. Ich bin nicht so... Nee, schon klar. Das haben wir uns alles schon angeguckt, ne? Ja, haben wir schon. Ich bin nur ein Gast hier, mit kein spezielles Obligation zu dem Hotel. Aber wenn du immer noch willst, die Alchemisten sagten, dass sie mir helfen würden von der Stadt helfen würden. Es ist ein Anbieter, die ich nicht verabschiede. Ich kann nicht in dem Hotel leben, ich muss auf und weitergehen. Also, es gibt jemanden, die so wunderschön. Das ist alles. Das reicht nicht? Es muss noch etwas in der Stadt sein. Genau. Ich habe eine Gefühle, dass du später oder später fragen würdest. Das ist wegen dieser Mädchen, nicht wahr? Ich bin nicht Alidoro, der Hound. Nicht der reale, in der Fall. Ich war der Partner von Alidoro. Ich erhebte ihn, ehrlich gesagt. Er war... Er war großartig. Er war großartig, großartig an alles, except für ein Profit, das ist. Aber er hat mich nicht zu verabschieden, nur weil ich ein Antikus verabschiede habe. Ich meine, was ein paar Antikus verabschieden, wenn man die Geld zu verabschieden hat? Wir diskutieren, eine Sache lede zu einer anderen. Ich musste ihn töten. Und die Identität zu verabschieden war das nächste Schritt. Das ist ein furchtbarer Mensch. Boah, der geht mir echt auf den Sack. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wer weiß, was da noch anrichtet. Der denkt nur an sich. Der verrät jeden. Das ist ein Mörder. Ein Dieb. Ein Lügner. Wow. Ganz ernsthaft. Mit wegen ihm wurde das Hotel schwer in Mitleidenschaft gezogen. Es hätten Leute umkommen können. Unschuldige. Dieser Typ ist ein verdammter Verbrecher. Ich tendiere wirklich dazu. Ich meine, wir sind eigentlich kein Mörder. Aber dieser Typ, der gehört... Ja, jetzt nicht mit Moral kommen, mit das Recht in die eigene Hand nehmen und so weiter. Das ist ja nur ein Spiel. Das projizieren wir mal jetzt nicht auf die Wirklichkeit. Aber ganz ernsthaft, ich würde ihn hier jetzt erledigen. Ich wollte es letztes Mal schon tun. Und wenn diese Option hier vorhanden ist... Ich weiß natürlich nicht, wie uns das jetzt beeinflusst. Ob das schlecht fürs Ende ist oder nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Bevor der noch mehr Schaden anrichtet... Boah, nee, ich mach das jetzt. Oh, was ein Mörderesherr, du hast. Du wirst mich töten? Ich weiß, was du bist. Du bist Geppettos-Puppet, nicht? Wenn jemand nicht versucht, dich zu töten, dann kannst du sie auch nicht verhörst. Diese Limitation macht es so, dass dein Kreatur dich nicht sehr vertraut hat. Er ist sehr smart von ihm. Also, was wird es sein, Herr hunderteidiger? Lass dich ruhig... ... oder schau dich und etwas kaufen. Du kannst es schlafen. Komm nicht mehr! Geh näher! Du bist wie... ein Mensch. So, und wir haben noch was bekommen. Wo ist es denn da? Ein verschlüsseltes Speichermedium in Form eines Metallzylinders. Venini könnte in der Lage sein, dieses Gerät zu entschlüsseln, wenn du ihn darum bittest. Der Betrüger glaubte, dass der ehrliche Hinweise auf den Schatz versteckte. Ach so, der ehrliche Mensch. Der Versuch, das verschlüsselte Speichermedium zu entschlüsseln, scheiterte letztlich. Ja, ich denke, wir haben zu dem Fake Alidoro, zu Papagei, haben wir alles gesagt. Vielleicht sollte er lieber Gaia heißen. Aber das war echt eine furchtbare Person. Und hat so ein... Ja, ich weiß nicht. Okay, wir gehen beim nächsten Stargazer wieder zurück zu Venini. Ich möchte jetzt gerne weitermachen erstmal. Ich bin gespannt, was so passiert gleich. U-Boote gibt's hier scheinbar auch. Oh, großartige Venini-Sammlung, da haben wir ja schon zwei Gründe ins Hotel zu gehen. Das können wir nämlich dann auch eintauschen für weitere Items. So, äh... Moment, aha. Genau. Pulcinella führt eine limitierte Anzahl an verkaufbaren Produkten auf Reserve. Eine luxuriöse Sammelkiste mit Veninis Marke. Pulcinella im Hotel kennt sicher ihren enormen Wert. Als reichster Mann von Krat wurde Venini als Sammler von exklusiven Luxusgütern bekannt. Die Venini-Kollektion ist eine umfassende Sammlung von Luxusgütern, die er zusammenstellte. Das kennen wir schon, aber ich habe es trotzdem nochmal vorgelesen. Äh? Hallo? Und du? Leiter? Ah! So dunkel, ja hä, ich habe doch die Lampe angemacht. Die war sogar an. Oh, es ist trotzdem so dunkel. Ich glaube, im fertigen Video ist das sogar noch mal ein Stück dunkler dann. Es war ein totaler Attack. Der Blackrabbit-Brotherhood, der Fox, der Katz, und Alidoro auch. Fake Alidoro. Ich will gar nicht einmal wissen, was sie planen könnten, Pal. Diesen Weg müssen sie zu ihren Händen führen. Sollen wir? Ein bisschen umständlich abzuschätzen. Aber ich hoffe, es ist für euch hell genug. Oh, hier ist ja wirklich, äh... Totenstille, ne? Hey, schau! Das Lager sieht aus. Ja! Es scheint, wir können es um eine Submarine nennen. Mann, so. Äh, so. Der große Venini und Pistris, das U-Boot. Wir laden Sie alle zur feierlichen Taufe des neuen U-Boots der Firma Venini, der Pistris, ein. Überzeugen Sie sich selbst von der schneidigen Würde der Pistris. Maße 42,2m x 3,8m. Verdrängung 322 Tonnen. Geschwindigkeit. Überwasser 12 Knoten. Unterwasser 7 Knoten. Antriebsmethode Lorenzini-Motor und Bleisäurebatterien. Die Pistris bewegt sich gemeinsam mit Mr. Veninis neuestem Entschlossenheitsorgan. Lorenzini-Motor. Ein patentiertes Produkt, benannt nach Mr. Venini. Die neue Methode, die eine größere elektrische Leistung durch die elektrische Stimulation von Ergo erzeugt. Bleisäurebatterie, zusätzlicher Strom. Außerdem dient sie auf dem Boden des U-Boots als Ballast. Solch ein innovatives Design. Eine einmalige Gelegenheit, einen Blick in die Zukunft von Krat, der Stadt der Wissenschaft zu werfen. Ich dachte, Krat wäre die Stadt der Zukunft. Verpasst es nicht! Kommt, schließt euch an! Schließt euch an! Wir schließen uns an! Wir holen die Pistris! Sehr energisch! Und ein Mann reicht, um das zu steuern, ja? Ich geh mal davon aus. Aber wir haben ja noch eine Grille. Alles gut. Und ein Mann reicht, um das zu steuern, ja? Ich geh mal davon aus. Dann reicht's ja. Ja, ich versuche die Folgen immer möglichst auf 30 Minuten zu reduzieren. Die letzte war jetzt auch wieder bei um die 50. Tut mir leid. Da steigert man sich dann so in den Bosskampf rein, dass man dann die Zeit ein bisschen vergisst, aber... Du hast da... Geist. Sofja? Mhm. Hm? A miro se hiela em pedaços. A verdade é que eu te guiando tanto, não para salvar o Crop, mas para salvar a mim. Eu me senti desculpa sobre isso, mas eu estava tão aglada quando você respondeu a minha chamada. Mesmo tudo, eu te agradeço. Meu espírito e meu corpo já morreram por muito tempo. Talvez na morte eles se reunirão. Na paz, eu te daria o meu poder antes que meu espírito diminui mais. Estargazer vai te guiar, um bocadinho. Se você encontrar meu corpo, por favor, me ajudem a paz encontrar. Minha guidação termina aqui. Muitos imagens de lembranças se rancam no céu por causa do Ergo. Por favor, cuidado. Cuidado. Talvez ainda tenha uma possibilidade. Eu não posso continuar, mas eu te apoio. Eu sou a filha de Valentina, líder dos Alchemistas. Simons. Simons era o meu pai direito. A ambição ele se desculpa, mas. E ele estareceu a doença de petrificação, levando várias vidas. Por que ele fazia isso? Eu não sei. Mas ele traz um mundo escuro em nós. Isso é certeza. Estareceu. Ou seja, você pode. A petrificação que o tempo e a lembrança dentro do corpo. Ergo é a purificação da vida, que é a petrificação que o tempo e lembrança. Quando eu descobriu isso, abriu meus olhos. E eu consegui manipular o tempo, usando Ergo. Simons, na outra parte, está tentando usar o meu poder para influenciar a sua ambição. Eu trouxe seu tempo para proteger você, para que você pudesse estar contra ele. Então, parque ele. Salve, Crot. Boa, isso é so interessante. Mas eu acho que vamos fazer uma pausa e descobrir a Insel da Alchemista na próxima próxima. Oh, isso me deixa tudo bem. Muito obrigado por assistir. Eu espero que você seja tão divertido. E então nos vemos na próxima próxima. Eu acho que, com grandes passos para o final. Obrigado por assistir. Até a próxima. E aí E aí